Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Schach-Video. Ich versuche im Schach besser zu werden und muss gestehen, ich tue mich ein bisschen schwer, aber das liegt auch daran, dass ich Spaß am Spielen haben will und hier und da könnte man wahrscheinlich ein bisschen disziplinierter vorgehen, aber ich bin irgendwie kein Freund davon, erst mal 100 Jahre Theorie zu kauen, bevor man in die Materie reinsteigt. Ich habe mir, also der Hintergrund ist der, ich habe mir gerade von Eric Rosen eine Sitzung angeschaut. Es gibt bald wieder dieses Turnier Pog Champs. Ich weiß nicht, ob ihr die erste Runde mitbekommen habt. Da gibt es demnächst eine zweite, wo Laien von Profis trainiert werden. Und diese Laien, das sind häufig irgendwelche bekannten YouTuber und Streamer und so weiter, sodass da auch ein gewisses Publikum dann hinter steckt. Dadurch wird natürlich der Schachsport ein bisschen populärer. Naja, und es ist halt super interessant zu sehen, wie die Profis dann diese Laien da trainieren. Und ich denke mir so, wenn ich mir das alles einfach mal merken würde, was da gerade so gesagt wird, dann würde ich wahrscheinlich tausendmal besser spielen. Aber da bei mir auch so ein bisschen der Druck fehlt, bleibt das alles nicht so ganz haften. Aber ich denke, irgendwo im Unterbewusstsein wird es hoffentlich haften bleiben. Und ich werde wahrscheinlich hier auch auf dem Channel nicht bis in die Unendlichkeit ein Puzzle und Rätsel lösen, sondern vielleicht auch nochmal in bestimmte Tutorials reingehen zu Eröffnungsstrategien und so weiter. Also ich finde diesen Sizilianischen Drachen, darüber werden wir mal ein Video machen, ganz interessant. Und da werden wir mal weiter dahinter steigen. Aber jetzt, heute ist tatsächlich noch so ein bisschen Special Video. Special Videos nennt man ja immer die, die so ein bisschen flaschenhalsmäßig produziert sind. Und ich muss eins vorproduzieren, weil ich an dem Tag, wo ihr das guckt, super, super busy sein werde. Und dementsprechend legen wir mal schnell los. Und ich habe tatsächlich nicht allzu viel Zeit und fürchte, dass ich jetzt auch punktemäßig rapide in den Keller abrutschen werde, wenn ich jetzt, wenn ich so im Stress versuche Aufgaben zu lösen. Mal gucken, wie das klappt. Meine Dame ist bedroht. Gerade hat Schwarz den Springer gesetzt und sagt, ich will deine Dame. Und deswegen kann ich jetzt hier auch mit meinem Springer nicht großartig weitergehen und muss irgendwie erstmal zusehen, dass entweder die Dame wegkommt, ich Schachbiete beim Gegner oder seine Dame irgendwie ins Visier nehme oder aber den Attackierenden hier, den Springer vielleicht wegbekomme. Das sind so die Optionen. Das geht zum Beispiel. Ich kann also mit dem Springer hier einfach gegensteuern. Dann würde mir der Springer geschlagen, was natürlich wehtut. Die Linie wäre zwar frei, aber das bringt mir nichts. Also ich glaube, Pferd schlägt Pferd ist nicht, naja gut, es ist ein Abtausch, ne? Oh ja, das ist die Lösung und ich kann danach hier hingehen. Ja, wenn man das sofort sieht, wenn man sofort die richtige Linie zufällig in den Blick nimmt, dann sind die Rätsel irgendwie sehr einfach. Aber glaubt ihr auch? Das müsste doch die Lösung sein. Ich nehme hier das Pferd weg. Mich schlägt der Läufer, gibt dadurch dieses Feld frei. Ich kann hier hingehen, Schachbieten. Wenn der König ausweicht, schnappe ich mir noch den Läufer des Gegners. Das muss es sein. Bester Zug, damit habe ich natürlich nicht gerechnet, ob jetzt der Läufer kommt. Jetzt kann ich also nicht Schachbieten, hat er offensichtlich gut gesehen und trotzdem, ja, hochpeinlich, dass mir das nicht klar war, trotzdem scheint es der beste Zug zu sein. Jetzt kann ich noch hier schlagen, aber ist das jetzt? Ah, im Moment ist es ein reiner Abtausch. Eigentlich muss ich jetzt mein Pferd hier in Sicherheit bringen. Weil wenn ich jetzt hier schlage, dann kann Schwarz wieder zurückschlagen und ich habe keinen Vorteil. Doch, bam, ich habe den Turm. Nein, das war falsch. Ich wusste es. Wenn ich es eilig habe, dann wird da nichts draus aus diesem Spiel. Ah, okay. Dame kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dame... Doch, Dame soll richtig sein. Das verstehe ich nicht. Minus sechs Punkte hat mir das eingebracht. Super. Oh, ich darf es nochmal machen, weil es so schmerzhaft war. Inwieweit ist das denn mit der Dame so viel cleverer? Also plus fünf, plus sechs und so weiter. Also, wir gehen mal mit dem Läufer dahin. Krass. Also der Schachcomputer ist sich ziemlich sicher, dass der Zug nicht so gut ist. Müsst ihr mir mal sagen. Verstehe ich nicht. Jetzt schlägt schwarz hier mein Pferd. Genau. Das hatte ich ja auch so vorher gesehen. Nur dann dachte ich, naja gut, dann schlage ich als nächstes hier. Dann genau. So, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und weiß ist ein bisschen besser, aber eben nicht so viel besser. So, und dadurch, dass ich hier mit der Dame schlag, was passiert jetzt? Turm weicht aus. Ah, okay. Jetzt habe ich natürlich hier noch meinen Springer frei. Kann den erstmal in Sicherheit bringen. 100 Prozent habe ich es nicht kapiert. Komm, wir machen weiter. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich mache lieber noch ein Rätsel, wo ich gewinne. Ach Mann, mich ärgert es, weil ich den ersten Zug richtig hatte. So, ich bin schwarz. Der ist hier schon ganz schön in der Ecke. Warum setzt der denn den? Ach so, er will hier mehr Bewegungsfreiheit haben für seinen Läufer. Ne, das ist meiner. Warum setzt der den Bauern hier vor? Einfach um sein Pferd zu decken? Also hier habe ich offensichtlich Schach geboten. Warum ich dann hier hingegangen bin, ist mir nicht ganz klar. Ach so, genau, weil ich den dadurch angegriffen habe. Okay, war nicht schlecht von hinten. Er weicht eigentlich nur aus. Das ist so die erste Motivation für diesen Zug. Schon mal gut zu sehen. Ganz ehrlich, kann ich nicht einfach auf die Grundlinie gehen? Also wenn der Gegner sich anschickt, hier zu schlagen, habe ich zwar die Dame geopfert, aber das ist doch Schachmatt. Ja, nicht ganz. Aber so gut wie. Der kann nicht wirklich dagegen ankommen. Na, war falsch. Okay, ich sollte es lassen. Ich schaufel mir hier mein eigenes Taktik-Grab, wenn ich so weitermache. Wahrscheinlich deshalb, weil der Gegner nicht so dumm ist und hier schlägt, sondern er lässt den Turm einfach da stehen. Vielleicht geht er sogar eins nach da. Oder, ja doch. Ja, hier ist immerhin noch mein Läufer. Aber egal, auf jeden Fall. Wirklich Schachmatt wird der Gegner nur, wenn er dieser Verlockung nicht widersteht und meine Dame dann auch nimmt. Das ist ein bisschen sowas wie eine Falle. Ja. Ich gucke mir die Lösung an. Aber ich bin gerade so ein bisschen gestresst, merke ich. Auf die Lösung wäre ich nie gekommen. Mit ein bisschen mehr Ruhe wäre mir das eingefallen. Ich bin aber schlagen hier. Turm schlägt hier. Yo, Läufer schlägt hier. Jetzt müsste ich doch langsam matt machen können. Genau. Jetzt tun wir mal so, als würde er hier das nicht sehen. Dann ist so auf diese Weise Schachmatt. Okay, Leute. Das war es. Ich weiß. Das ist eigentlich nicht das Niveau hier, auf dem wir hier Videos machen. Aber sowas muss es ja hin und wieder auch mal geben. Kleine Bottleneck-Folge so zwischendurch. Und ja, ich glaube, das ist dann auch schon die letzte vom Wochenende. Ah, ich bin also schon ein bisschen in Wochenendlaune, wie ihr merkt. Und Montag sind wir mal wieder straight to the point. Und mal gucken, ob ich vielleicht live bin. Also, falls ihr irgendwie gegen 9 Uhr oder so zufällig online seid oder so und dran denkt, könnt ihr mal gucken, ob ich gerade live auf Sendung bin. Ich schaue mal, ob ich das ab nächster Woche wieder machen kann. Ich will nichts versprechen. Also, ne, ihr müsst jetzt nicht extra euren Wecker danach stellen. Macht's gut. Tschüss.